Hier bin ich. Deine Tür ins Leben. Dein Fenster zur Welt. Deine Möglichkeit, die Dinge zu verändern. Deine Chance, Neues zu entdecken. Ich bin hier, um deine Ideen aufzugreifen, um deine Fähigkeiten zu vertiefen, um mit dir Verantwortung zu übernehmen, mit dir das Große und Ganze zu erblicken. Ich bin hier, um mit dir Innovationen zu beflügeln und gemeinsam Entscheidungen zu treffen, um Probleme zu meistern und neue Höhen zu erreichen, um mit dir Wirtschaft zu gestalten und gemeinsam erfolgreich zu sein. Ich, dein Sprungbrett. Zur Gestaltung der Laufbahn deines Lebens, zur Umsetzung deiner Inspiration, zum Start deiner Karriere, zur Erreichung unserer Ziele. Hier findest du deinen Platz, um Kontakte zu knüpfen, um mit Freunden zu lernen, um lebendig zu sein und bald schon führende Positionen einzunehmen, um neue Akzente zu setzen und ein entscheidender Teil des Ganzen zu sein. Lass uns beginnen und das Papier zum Flieger falten, um die Reise zu starten durch einen modernen Campus, den Standort der Zukunft. Ein Platz mit Weitblick und Zeitgeist. Ein Ort, an welchem Start-ups ihre Köpfe finden, an welchem Kreative ihre Firmen gründen. Hier, wo du an Herausforderungen reibst und vielseitige Chancen ergreifst. In einer Stadt, die niemals ruht, die glänzt durch Internationalität. Werde Teil der Drehscheibe, die unsere Welt bewegt. Hier an der WU findest du mich, deine Tür zum Leben, dein Weg zum Erfolg. Die Welt wartet auf dich.